Bonjour, bienvenue und herzlich willkommen bei meinem Übungsvideo zu den Indefinitpronomen tu und chac. Um bestens vorbereitet in dieses Übungsvideo zu gehen, solltest du dir bereits die beiden Videos, die Indefinitpronomen tu und chac 1 und 2 angesehen haben. Tu es prä? Bist du bereit? A tu que que chose pour écrir? Hast du etwas zu schreiben? Dann kann es ja auch schon direkt losgehen. C'est parti! Beginnen wir mit einem Beispiel. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Auf www.sofatutor.com